Ach kacke, da war ja das Ziel, wo es ging. Ach ja, mit... Ach du Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu HANN Showdown. Ne, fängt er schon mal an. Herrlich. Oh, ist er gerade geruchte bei mir. Hast du den Leuchten hier schon mal gesehen hinter dir? Hm, nicht bewusst. Ne, weil er wirklich am Ende der Karte ist. Ich hab den echt noch nie gesehen. Darf ich mir den angucken? Müssen wir gleich los? Ne, oder? Ich glaub, man kommt eh nicht... Ach doch, man kommt drüber rum. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalala Eigentlich könnten wir sich als Sniper da ganz nach oben stellen. Ich glaub, da ist noch was von Extraktionspunkt. Wenn jemand kommt, drunter snipen. Oh, Alter. Wenn's nicht neblig wär, dann hat's mich echt interessiert, wie weit man gucken kann, ne? Oh, nein! Oh, Gott! Alter, jetzt wär ich da mal runtergefahren, weil ich so vorgucken wollte und dann ginge so'n Schritt nach vorn. Ey. Das ist ganz schön hoch, ja? Krass. Das ist schon... Nicht schlecht. Na gut, jetzt gehen wir mal runter, weil sonst... Ich komm grad vor, wie in so'n Horror-Spiel hier mit der Laterne in ein Leuchtturm runtergehen. Leute, ich hab's da wissen. Da wirst du total deppert, wenn du die ganze Zeit so... im Kreis läufst. So. Ja, gleich mal links. Was mich irritiert? Keiner schießt drum. Aber das... Oh, ich hab grad was gehört. Ja gut, die lassen's mal uns jetzt mal. Müssen wir nicht eher rechts gehen, weil wir wollten ja zum Assassinen, oder? Na ja, stimmt aber. Oh, die Schnellen stimmt schon. Aber da, der halt gleich in der Nähe. Hol' man's halt die Punkte schon. Hol' man die Punkte schon wieder so rein. Sag doch mal, kann man nicht sehen? Nee, anschließend geht nicht. Die merkt das irgendwie und dann kriegst du es doch relativ schon. Aber was wir jetzt geändert haben, ist mit ähm... Oh! Oh, Schüttel. Alter! Wie viele... Oh, oh. Kannst du die Länder schon bei dir? Nee. Übernehmen mal kurz. Das war irgendwie krass. So viele Sektenviecherfrauen. Da haben zwei gepanzert jetzt. So, aber jetzt würde ich langsam mal nach rechts oder so. Da landen. Da, so. Gehen wir mal hier raus. Gehen wir mal in diese Richtung. Ich finde das mit dem Ziel immer noch so'n bisschen merkwürdig jetzt nach den ganzen Savarem Spielen hier. Äh... Ach Gott, zack. Ich drück die ganze Zeit die falsche Taste. Ich tue ganze Zeit E und F wieder verwechseln. Ich möchte eigentlich mit E immer Sachen aktivieren, aber ne, da ist ja die Sicht. Gehen wir denn hin? Moment, ich kill den Typen schon. Ähm... Okay. So wieder durch den Sumpf. Kack hier. Ah, hier ist ne Brücke. Okay. Perfekt. Ne Brücke. Das ist ne Möchtigen Gebiet. Oh, kacke. Muss schießen, sorry. Hunde, Wunder. Ja. Nur zwei. Oh ne, da kommt auch die Tante raus. Das Gefühl gibt's irgendwie mehr so Spezialgegner, oder? So normale Viecher haben wir jetzt drei oder vier gefunden. Weil die kämpfen doch schon wieder gegen den. Ja, ja, sicher kämpfen die schon. Ist eigentlich echt schlecht, weil das ist ja bestimmt der Assassin, gegen die die kämpfen. Ach, das ist gar nicht hier in diesem Haus, oder? Ist eigentlich auch ne neue Map dazu gekommen, weil wir bekommen hier gar nichts bekannt vor. Das ist keine neue Map, nein. Oh. Ach, krass. Ja, wird das so weit gehört? Nee, ey, ey, oder? Hast du grad geschossen? Nee. War das grad'n Schuss? Ich bin oben, vielleicht die Holztreppen. Der ist da. Nein? Nee. Okay, doch. Ich bin mir grad nicht sicher, ob das ein Schuss war. Oh, fuck! Äh, ich versteck mich grad, weil ich angst, dass du gesagt hast, dass das ein Schuss. Weich? Gut. War ich nochmal? Oh, Alter, die Schüsse in Gebäuden hören sich jetzt anders an. Holy shit, halt das. Ähm, sollen wir jetzt langsam weitergehen zum... Ja, wo bist du? Du bist nur noch oben. Ich bin oben, ja. Ich springe runter. Ich springe runter. So wissen wir hin, was da unten irgendwo. So wissen wir hin, was da unten irgendwo. Nein, ich will das nur zwei. Oh, das ist ein fecker. Den hab ich nicht gesehen. Oh, so'n Feuerteufel. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Die hab ich ganz vergessen. Toll, wir kommen jetzt zu diesem scheiß Hinweis. Wo ist'n der auf der anderen Seite? Ja, direkt da. Liegt in diesem Waggon. Ist da irgendwie... Ist da in dem Waggon? Da, wat? Kann ich einfach aufholen? Ach, fuck! Shit. Ist hier dran? Hallo? Ach, der ist direkt bei ihm, oder was? Oh, Gott. Direkt bei dem fetten Typen. Ach, hier ist ne... Lampe. Wett, ich kann hier auch die Tür öffnen. Oder ne, lieber nicht. Ich bin mir nicht sicher. Flieb der andere Klaus. Oh, ja, alles, ja, ja, ja. Ui! Da kommt aber da schnell kaputt, oder? Ja, aber was ist da noch explodiert? So'n Fassl. Ahja. Der lebt noch? Ja, der lebt noch. Ja, er lebt noch. Ja, wir machen grad' so'n Radau. Ja, ich weiß nicht, das hilft euch nix. Der ist direkt beim Klammer. Ist ja eh das gefühlt. Ja, ist nicht. Oh, wie steh'n wir so schnell? 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 Na gut, der hat ja gepranscht. Ja, so stimmt's. Schnell weg hier, weil wir haben hier viel zu lange Radau gemacht. Ahja. In diese Richtung. Guck, geht's denn hier weiter? Ich hab' mich grad'n raus. Das ist ein Mensch, der da rum... Boah, Alter. Ich hab' voll erschrocken wegen dem. Gibt's da, was aufgegangen ist? Schnell in den Wald rein. Ja. Bei der Ballern schon wieder welche. Aber wir müssen uns bissl links halten. Ja. Die sind mitten im Sumpfgebiet. Das ist... Gute. Boah, die Schüsse sind echt nah. Ich glaub' auch, ja. Hoffentlich kein Vieh. Hat er aktualisiert, wat? Hä? Ach, weißt du, das ist ihm genug? Oh, Alter. Oh, die Kämpfe ist glaub' ich auch grad. Glaub's, ja. Ja. Auf zum nächsten Hinweis. Damit wir wenigstens die Hinweispunkte dann haben. Sorry. Hab' die Raben vergessen. Nur zur Info, wir haben echt lange nicht mehr gespielt. Okay, jetzt hatten wir fast ne Zwei-Monats-Pause. Fast länger, oder? Jaja. Ja, jetzt wird zwei Monate ungefähr, ja. Ach, das war hier. Okay. Ähm. Hm. Ja. 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 Da ist es hier schön laut. Äh, immer wo wir sind, das ist sau laut. oh jetzt wird's spannend jetzt wird es echt eng jetzt wird es hier schon kritisch wo ist der nächste hinweis da drüben hast du die musik angemacht ich dachte jetzt würde ich renne mal zu den ruinen dahinter alter überall so viecher das ist ja gerade betraut ich bin gerade voll nervös ach die haben erst jetzt das kopf geholt dann sind hunde glaubt irgendwas anweicht ja ach wir sind hier so offen ja wir müssen so durchrennen hier durch den wald weil rechts und über geht es wieder ein bisschen die ruinen habe ich kein gutes gefühl weißt du noch das sind gar nicht glaube ich die ruinen ich habe das gefühl gerade gehabt wo ich hin gelaufen bin gott hat sie mich gerade gerissen ey wo bist du ich sehe dich das war ja klar dass die jungs zuerst sehen ne Mist fuck die wissen jetzt ungefähr wo wir sind aber wir wissen nicht wo die sind ne kein blassen schimmer wo die sind ich weiß es echt nicht ich geh ich geh ich riskiere es mal ich geh ein bisschen links rum ich weiß nicht soll man lieber zusammen bleiben oder ja die menschen ich kann jetzt ich kann jetzt nicht zu dir ich laufe mal ganz außen rum zu dir ich schleiche gerade bis hier ich bin ja ich bin tot wo sind wir keine ahnung wo er ist keine ahnung er hat mich mit einem revolver 80 meter entfernen gefühlt ach das nervt mich schwer mit einem revolver mit einem revolver 80 meter hat eingedrückt 80 meter weit joa schaustücke die sind halt irgendwo das wo die ganzen holzbalken und so sind einer ist tot wo 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 wie geht denn das es geht nicht da ist immer deine waffe aufheben oh jetzt wo ich 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 zitter im ganzen körper du warst voll ruhig auf einmal was ist mit dir abgegangen ich zitter am ganzen körper du hast jeden einzelnen schuss getroffen ne einen habe ich daneben gehauen aber du hast dich richtig konzentriert gerade volle rotze weil normal jetzt bist du immer so Panik aber du bist gerade richtig ruhig geblieben das einzige wo ich schiss hatte ob sie von links kommen aber du hattest jetzt eigentlich Glück dass sie so ungeduldig wurden ja das stimmt und zumal ich gekommen sind und beide auch noch und dass die das eine so offen so hinter und dann zurück und gleich nochmal hin und der andere auch gleich lecko mio alter wuh sind die eigentlich die anderen zwei sind ja eigentlich extrahiert wo sind die eigentlich? blitz ähm ne die ist nur noch dran das sieht man da ach doch sie sind auch da hinten ja auf zum punkt oder? oh alter ich zitter am ganzen fucking körper alter das war das richtig alter ich glaub blöd gesagt zu gut warst du noch nie gegen andere spieler jetzt so ruhig geblieben und so ne ich komm da nicht durch ich pack da fest ne ach Gott sei Dank alter trotzdem ruhig bleiben und erstmal langsam und vorsichtig dorthin weil es könnten noch andere spieler sein die natürlich gehofft haben dass wir uns gegenseitig killen da hinten liegt auch eine leiche da hinten liegt andere spieler da hinten liegt ein anderer spieler zwei sogar die haben anscheinend ah ne doch nicht aber da hinten liegt ein anderer spieler ja zwei einer ne zwei du kannst nicht mehr von dem jäger nehmen du kannst nichts mehr von dem jäger nehmen ok wo ist der scheiß hinweis drinnen ne oder außen was machen wir gehen wir durch oder gehen wir außen rum ne ich weiß das ist glaube ja doch das ist wahrscheinlich innen drunter ich mach mir hier zu ne ja du gehst links das ist natürlich raus da ist ne Kasse wir müssen wieder raus wie's ausschaut wo ist ne Kasse da ja ich hab'n die zieht noch eins ja gehen wir dort die Tür raus oder gehen wir da raus da da hier 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 ich krieg aus Prinzip einfach ne Falle hierher holst du den Hinweis ja ich versteck mich dabei ein bisschen jo bei uns direkt bei uns oh cool dann wahrscheinlich hier rein gehen wahrscheinlich ist der ist der gegen was ist denn der Feuer Residenz oder gegen was ne ne gegen Schrotflinte ist er gut äh gegen also gegen verfleischen äh immun also hilft ne Schrotflinte nix gegen den oder weniger schaden scheiße nehm ich mal ne Kasse oh fuck lol der fasst nichts aus oder hat der schon mal gekämpft weil die Tür offen ist warte ich versuche hier mal einen Molotow zu werfen uuuh ah ii weh 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 es ist ekelhaft ii erblutung stoppen oh ne Molotow ich hab die Hälfte meines Lebens verloren ehg iii das Zeug das Zeug ist überall am Boden Alter ich bin gleich tot ich weiß nicht was ich machen soll ich muss mal raus ich muss unbedingt raus oh Gott oh Gott oh Gott ein futzer Leben noch boah war das knapp ey holy Molotow boah ich muss mich jetzt echt heilen weil lol alter ich war jetzt echt kurz vorm verrecken warte ne das behalte ich nicht nur auf wo sind die jetzt hinter die hinter die oh oh sehr schön oh alter Feuerzimmer mega jawohl und man kann auf ihn schießen weil dann bleibt irgendwie so auf der Stelle irgendwie was wir leben hatten denn noch nicht mehr viel nicht mehr viel nicht schwirren ach man kann auch auf ihn schießen oh 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 genau am Boden ist nice der hat selber dann ein Feuer gelassen äh alter Feuer bleibt echt lang was ist denn jetzt ich kann ihn mal zu machen ne oder doch super kann ich auch ich mach ihn mal zu sicher zu ja ja und du hast die beiden auch noch irgendwie mit 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 einer mit einer Pistole gekillt also ich bin eigentlich nicht ganz buff irgendwie die Tür ist eh zu ich leg hier ich leg da mal ne Falle und dann noch eine Falle am besten direkt daneben oh du hast schon eine oder ne ah ne hier ist noch eine Falle okay warte also hier gehts rein warte hier ist zu hier ist zu also kann ich hier schon mal nicht rein also das Haupttor also eigentlich nur sind jetzt zwei Fallen also können mich halt noch rein das kann ich durch das Haupt-Tor dann ist hier noch ein Tor soll ich hier noch ne Falle hinlegen ja ich leg noch ne Falle hin und dann könnte es wahrscheinlich hier auch noch reinkommen so drei Fallen liegen jetzt vor dem Haupt-Tor also da nicht hingehen okay schau mal auf dem Boden komm mal zu mir bitte sag jetzt nicht dass die Viecher ins Gebäude reinkommen ne stell dir das mal ober am Boden siehst das scheiße wow loll was zum Fick was ist denn das jetzt ja die die Insektenfrau die steht vor der Tür und die hab ich bisschen aufgeschreckt bleib mal stehen bleib mal stehen gut bist du oh alter na gut die steht eigentlich ganz gut wie war die Tür ähm schauen wo die Blitze sind und okay und scheiße und die können uns auch noch sehen wahrscheinlich oh man wieso sind die so schnell hier runter gekommen eier ach ne können die nicht einfach gehen mit ihrer Beute oh man okay ich darf glaube ich nicht stehen bleiben müssen wir mal ein bisschen rumgehen oh das ist aber alles offenbar ich komme zu dir hinter glaube ich so ein bisschen zumindest von außen kann man die Fensterläden nicht öffnen oder ne aber die sind ja in der Höhe oder so das wäre komisch wenn uns da hingehen gehst du grad ganz kurz hab ich mich bewegt aber jetzt steh ich wieder okay dieses laufen das oh mein Gott da ist ja da ist eine Tür hinter mir what the fuck ich also die sind da ich hab sie grad laufen hören ganz safe weil du bist grad nicht gelaufen das hab ich gesehen in dem Schatten und da hab ich auch voll die Schritte also wirklich laufen gehört das heißt die sind da bleib du hinten ich hol das Ding und schau erst mal dann die laufen zu dir ich lauf zu dir schon hinter ich lauf zu dir schon hinter ruf uns irgendwo die haben was reingeworfen bleib hin bleib hin hinter 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 die wollen sich die so ah loll wir haben die die Tür aufgemacht loll welche Türe links von mir was die die oh nein ich bin tot ich bin tot das ging sau weit ich bin nicht mehr weg gekommen richtig gut lang 99 das kriegst du hin ich bin tot ganz ruhig du hast das Zeug benutze es auf der rechts auf der rechts das heißt er ist von dir rechts oh Mist ja kannst du den verbrechen lege der ist rum hinter doch nicht weg da ja der ist in eine Falle reingelaufen ja der hat kaum noch Leben das schaffst du benutze es wo es ja 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 der ist gerade den geöffnet der ist gerade den geöffnet was tust du gut ach ich habe mich gerade drauf angestellt ach ich kann das spiel immer noch nicht du hättest die leiche für brenzeln ich habe ja kein molly mehr gehabt achso die molly habe ich ja für den typen hinbekommen das nervt mich jetzt schon wieder das wäre echt eine gute Runde gewesen vor allem du hattest ihn fast erst eine Falle gelaufen und du hattest ihn noch getrefft du hättest vielleicht hinterheren sollen weil du hattest echt ja der hatte nur noch einen futzer leben du warst gut aber am Ende warst du zu defensiv meines Erachtens du bist immer selbst wenn du ihn gesehen hast bist gleich wieder zurückgegangen du hast dich nie entscheiden können du hast sogar die die Fähigkeit gehabt ihn zu sehen aber hast dich trotzdem nie getraut ja weil ich Angst hatte wenn ich in dem Moment schaue dass er dann um die Ecke kommt das ist mir schon mal passiert ja ich weiß hätte ich jetzt eine bessere Waffe dabei gehabt wäre es vielleicht besser gelaufen ich halte wir halt mit den scheiß Dynamiken das war wieder so ein Lobbob tot ehrlich ja ach Mist schade naja gut aber danke fürs zuschauen und bis zur nächsten Folge ciao bau bau